Heute geht es um die Gesetze der Potenz. Alles rein mathematisch gesehen natürlich. Wer noch nicht weiß, was eine Potenz ist und wie sie sich zusammensetzt, sollte hier noch einmal vorbeischauen. Und wenn das abgehakt ist, können wir uns direkt die Rechenregeln mit Potenzen anschauen. Werden zwei Potenzen mit der gleichen Basis multipliziert, bleibt die Basis erhalten und die Hochzahlen werden miteinander addiert. Heißt 2 hoch 4 mal 2 hoch 5 ist gleich 2 hoch 4 plus 5, also 2 hoch 9. 3 hoch 2 mal 3 hoch 4 wäre dementsprechend 3 hoch 6. Werden zwei Potenzen mit der gleichen Basis dividiert, also geteilt, bleibt wieder die Basis erhalten. Die Hochzahlen werden dieses Mal aber voneinander subtrahiert, also abgezogen. 2 hoch 5 geteilt durch 2 hoch 4 wäre also 2 hoch 5 minus 4 und das ist 2 hoch 1. 3 hoch 4 geteilt durch 3 hoch 2 ist also 3 hoch 2. Werden nun zwei Potenzen mit unterschiedlicher Basis aber gleichem Exponenten multipliziert, bleibt der Exponent erhalten und die Basen werden miteinander multipliziert. Heißt 2 hoch 3 mal 4 hoch 3 wäre dann 2 mal 4 und das hoch 3, also 8 hoch 3. 3 hoch 4 mal 5 hoch 4 wäre dementsprechend 15 hoch 4. Werden zwei Potenzen mit unterschiedlicher Basis und gleichem Exponenten nun geteilt, bleibt entsprechend der Exponent erhalten und die Basen werden durcheinander geteilt. 4 hoch 3 geteilt durch 2 hoch 3 wird also zu 4 geteilt durch 2 und das hoch 3, also 2 hoch 3. 2 hoch 4 geteilt durch 3 hoch 4 sind dann 2 Drittel hoch 4. Jetzt könnte es euch noch passieren, dass eine Potenz nochmal hoch irgendetwas gerechnet werden muss. Also zum Beispiel 2 hoch 3 hoch 2. In so einem Fall bleibt die Basis erhalten und die beiden Exponenten, also die Hochzahlen, werden miteinander mal genommen. 2 hoch 3 hoch 2 wäre also 2 hoch 3 mal 2, also 2 hoch 6. 3 hoch 2 hoch 4 wäre dann 3 hoch 8. Soviel dazu. Was solltet ihr euch jetzt unbedingt merken? Potenzen mit gleicher Basis werden multipliziert, indem die Basis erhalten bleibt und die Hochzahlen miteinander addiert werden. Potenzen mit gleicher Basis werden dividiert, indem die Basis erhalten bleibt und die Hochzahlen voneinander subtrahiert werden. Potenzen mit unterschiedlicher Basis aber gleichem Exponenten werden multipliziert, indem der Exponent erhalten bleibt und die Basen miteinander multipliziert werden. Potenzen mit unterschiedlicher Basis und gleichem Exponenten werden dividiert, indem der Exponent erhalten bleibt und die Basen dividiert werden. Potenzen werden potenziert, indem die Basis erhalten bleibt und die Exponenten miteinander multipliziert werden. So, ob sich euer Wissen jetzt potenziert hat? Ich hoffe aber, ich konnte euch trotzdem wieder ein bisschen weiterhelfen und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Bleibt entsprechend der Exponent erhalten und die Basis wäre die Basin.